Hallihallo! Habt ihr schon gekommen? Entschuldigung. Es geht weiter. Mitten jetzt hier rein. Damit ihr ganz gerne einstellt. Meine Handtäglichen Sponsor und Signal Blaulicht. Aktionen Aktionen Norbert Mohr 2 An Zentrale. Melden Sie sich. Ah, das finde ich nicht. Okay. Norbert Mohr 2 An Zentrale. Einsatz beendet. Aktionen Aktionen Nächstes Fahrzeugmuster Aktionen 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 Taktik Mobilitätsfahrzeugdienst Zentrale an Norbert Moor 01. Fahren Sie zur Wache See. Alles klar. Ah ja, die Häkchen bedeuten also, es ist in Ordnung und die Aufrufezeichen bedeuten, es ist nicht in Ordnung. Blaulicht ein bisschen, aber die Kugelwachsenen und Titelbogen drin ist. Ich kann auch noch nicht drinnen haben. Oh, ein netter Fahrer und ganz viel Staubarm. Tut mir leid, kein Plattenschimmer. Ich habe die ersten Verkehr gezogen, wegen... ...Wandreieck. Natürlich ist... Guck mal, warum wird dort... Okay, gut. Verbandskasten. Ja, ich weiß aber blöderweise nicht, wo ich und meine Ordnung... Ah ja, ist nicht gut. Führerschein und Fahrzeugverkehre... Hmmmm... Ok, Drogen, kein Fall, ok, gut, alles klar, keine Drogen, alles gut, ehrliche Antwort, und, verbundene Gegenstände, keine, alles klar, und, Dokumente ansehen, Wohnzollern, Alina, alles klar, gut, äh, Personenfunk, und, nichts, alles klar, Fahrzeugfunk, kein Eintrag, Alkohol, nein, gar nichts, gut, alles klar, Oh nein, no, 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 den Gewahrsam nehmen, ach, verdammt, alles klar, gut, fordern Sie, das tut, Wir können dann eine Schicht früher beenden. Ja, das will ich noch nicht. Das war ein bisschen doof, äh, Handhab von mir. Norbert Mohr, 1, an Zentrale, Einsatz beendet. Es wurde ein verdächtiges Fahrzeug gemeldet auf der A28 in Richtung A32. Auf der Tankstelle ziehen Sie es aus dem Verkehr und kontrollieren Sie es. Okay. Okay, dann könnte ich das Fahrzeug gemeldet. Jetzt fahren wir noch mal drauf hin. UAS für die Karte. Okay. 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 das ist voll klar so, ich hoffe man versteht mich noch machen wir mal ein bisschen aus damit man ein bisschen braucht noch ein bisschen versteht so sieht man wenn man in einer austauscht und ich könnte eigentlich jetzt die schicht schon beenden rein theoretisch strafversetzt natürlich ist klar gut, dann würde ich dann sagen, machen wir noch eine kleine fahrt mit dem Ding hier vor allen Dingen das schaut einfach mal so nach rechts aus, einfach so so, absolut zentrale an cabella sumpf 01, melden sie sich ich habe keine Geschwindigkeit noch an so, kann ich das jetzt am stehen machen zentrale an cabella sumpf 01, melden sie sich brauche ich zentrale an ab kabelli sumpf 01, in der Squw brauche ich Die Aktionen Naja, Handy am Steuer. Wollte man nicht nachmachen, liebe Kinder. Alles klar, gut. Guten Tag. Ich habe sie aus dem Verkehr gezogen wegen einem Elektromobil-Telefon. Oh je, das ist aber nicht gut. Danke zu Sie. Ich werde Sie nun an der allgemeinen... Ich möchte bitte gerne erst mal Ihre Dokumente und Fahrzeugscheine inpassen. Und Dokumente annehmen. Und dort gehen wir hier. Äh... Licht. Alles klar, Verbandskasten. Auskunft. Nichts bekannt. Auskunft. Standen. Auskunft ansehen. Annehmen. 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 Auskunft. Gut, nicht nur noch mehr Raum. Was geht denn rein? Bohe Gegenstände. Keine. Alles klar. Ah, 0,7, weil wir den Werten müssen leider von einer relativen Allerdings kann ich diese Person ... Ok ... 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 Schale an Norbert Mohr, 02. Fahren Sie zur Wache Mohr. So, ich kann uns jetzt hier rechts fahren. Und hoch und rechts. Die Kanale. Opsala Zentrale an Cabela Sumpf 01, melden Sie sich So, hier rum Das ist sowas von Steuerung, die ist echt äh Da kann man nicht sagen, dass die Steuerung sowas von Die Steuerung ist 3,6% Da kann man gerne auf was hinten, wo man drehen kann 2,6% Zentrale an Cabela Sumpf 02, melden Sie sich Alter Da Habt ihr was gesehen? 3,6% K.E. die verhältlich aber auch so ein bisschen Ding hat keiner Das kann ich aber jetzt nicht machen Na rüber zur Wache Zentrale an Norbert Mohr 01, fahren Sie zur Wache See Oh Zentrale an Cabela Sumpf 02, melden Sie sich Die Steuerung geht echt ja Genial Steuerung Das kann ich mal hier mit ähm Meinerweise die Linkung, da kann man sagen Da kann man sagen Da schenkt man sich nichts, da kann man ja gleich sagen Hier äh auf Wiedersehen Ja Cabela Sumpf 02, an Zentrale Melden Sie sich Hier kriegt ja keiner die Auffahrt nur Da wäre echt äh Licht aus Was ist das? Cabela Sumpf 01, an Zentrale Melden Sie sich Alter Was ist das? Okay, und los geht's Wir haben 0,7% Wir haben 0,7% Das ist nicht Das ist viel Das ist ganz viel Das ist so viel So Alles klar 1000 XP Jetzt beenden wir mal unsere Schicht Warum das auch immer um Fahrzeug geht Jetzt müssen wir noch die Wache betreten Jetzt müssen wir noch die Wache betreten Ciao und auf Wiedersehen Bye 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 Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen